Hey Ernst, dies ist eine total erotische Synkondensierungsspur. Okay, wir können drauf. 3, 2, 1, hallo? Oh, ja, bin's auf. Okay. Hello, everybody! Mein Name ist Gimogilien, wir sind und wir sind Emo da vorne und wir spielen hier weiter. Äh, und ich weiß genau, was hier jetzt ist. So, was soll... Wie holst du jetzt die... Ja, ich hole den oben. Wo geht's hier eigentlich raus? Ja, genau, mach du ja einfach die Sachen put. Äh, hier vorne sprichst du das Obsidium? Ja. Boah. Oh, ich brauch ja noch Stress. Aber... Also wir haben 11 Diamanten, ne? 13. Ah, wir haben schon Diamanten. 13 Diamanten haben wir schon. Alles hat sich gefunden. Ja, lustengeweise... Ich glaube, dass jemand wieder unfähig ist. Kein Spaß. Was ist... Nicht so laut. Hatte einfach nur Glück. So... Ich hab auf einmal jetzt auf einmal erhunggekommen. Verlieren vorher einfach gar nicht. Ja, weil du jetzt herum springst und so. Ja, mach ich. Ich bin ja vorhin die ganze Zeit... Ja, hä? Warte, das war... Und jetzt bin ich wieder... Waren wir da irgendein Lager auf? Ja. Ich will die ganze Zeit ein Lager aufbauen. Ja. Da ist noch Redstone, das nenne ich auch Redstone. Oh, da war ich kurz in Lava. Oh Leute, hier ist ne Höhle. Spiel irgendwann. Jetzt muss ich das Teil alleine weiter spielen. Slash me was killed by kill. Oh geil, hier sind 100 pro irgendwo Dias. Aber ich seh nix wegen Lichtbuck. Ich hab so ne richtig geniale Höhle gefunden. Genial, erzähl mal. Ja, verschachtelt, sehr viel Freiraum. Freiraum klingt immer gut. Ja, vor allem unten rum, ne? Das Niveau ist mal wieder so richtig schön am Keller. Ich steck'n Niveau halt. Ja. Sowieso. Denkt an, dass ihr Diaschuhl machen wollt, ne? Schau dich an. Warte, dann tue ich mein Rom-Up da noch dazu. Ein Steck. Davon haben wir jetzt einfach schon. So, 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 so. So, so, so. So, so. So. Wo sind eigentlich... Wo ist mein Eisen? Da. Ah, es ändert. Äh, wir haben zu wenig Kohle. Haben wir nicht. Dann halt nicht. Ist ja mir egal. Der Fakt ist, ich wünsche mir, dass du noch die Diaschuhe machst. Also... Diaschuhe. Mehr Lapis! Also nicht irgendwie so, die lassen wir aufheben oder so? Wieso? Wozu denn? Wir wollen auf die Rüstung gehen und auf Eis und Schwert. Wofür sollen die das aufheben, wenn wir schon die Rüstung teilweise machen können? Ja, aber die ist ja dann kaputt eben. Äh, ja und? Wir, wir stocken ja eh noch auf. Mit das kombinieren wird es ja automatisch repariert. Was soll ich unter Diaschuhe machen? Ja. Weißt du, was ich mache jetzt mal? Eine, eine Diamantspie-Zacke. Ja genau, eine Diamantspie-Zacke. Dann, äh, für jeden, einen, für jeden Diaschuhe. Und dann haben wir noch zwei Diamanten für einen Verzauberungstisch. Ich baue hier jetzt mal Opsilien ab. Ja genau, dafür habe ich da Opsilien da gelassen. Muss ich da alles nehmen so reinfalle oder so? Oh mein Gott, da ist Lava! Ein Kunststück bei einem Lavasee, wo Opsilien ist, könnte Lava sein, ey. Boah! Ja? Mensch, bist du schlau, du! Ja, was soll ich jetzt machen, da ich, 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 ich traue mich das nicht. Soll ich's machen? Hilfe! Nein, nein, ich mach schon nur, ich brauche jetzt mal hier Rüstung, weil sonst, sonst gehe ich recht drauf. Äh, was soll ich mal? Wasser einmal? Machen wir jetzt mal Iron. Hoppala! Oder soll ich mich nicht Iron Bull machen? Nee, mach dir, Schuhe, es passt schon. Du, den Fehler habe ich das letzte Mal, halb ich beim letzten Intensive gemacht, dass ich mit Diamanten für Schwerter verwendet habe und aufkommen habe. Okay, also ich mach dir jetzt und mir jetzt Diamantschuhe. Richtig. Dann bleiben aber nur mehr Zeit hier als übrig. Ja, reichen für, genau für einen Enchanter. Reicht. Okay, gut, dann mach ich das jetzt einfach. Einfach so, Diamantschuhe gemacht. Alter, okay, bei mir ruckelt's wieder so des Todes. Hier ist doch aus wie der Golem, der jetzt genauso kombiniert. So. Der ist doch ein Wassereimer. Ja, wäre vielleicht sinnvoll. Mehr Lapis. Aber immer noch keine Dias. Noch mehr Lapis und jede Menge Gold, alter. Löstelig. Das ist sehr gut. Rennen wir dann nachher eigentlich schon in Richtung Spawn für, äh... Ne, da? Äh, ich weiß nicht. Äh, ja. Ja. Ich hab halt keine Eisenspielzeuge gemacht. Ich kann das Zeug nicht abbauen. Und ich will jetzt nicht nochmal den Ofen craften. Ich muss mir jetzt mal Wasser holen. Na gut, das ergibt Sinn. So, wie man geschah... Äh, was hast du? Ich bin runtergefallen, aber nichts passiert. Schön. So, ich baue jetzt immer Obsidian ab. Wie viel brauchen wir? Vier. Weil, mehr Obsidian warten wir ja nicht mal. Naja. Nachdem wir kein Netherportal bauen müssen. Vier Stück. Vier Stück. Ja, vier Stück. Äh... Mehr hätte ich damit nichts zu tun haben. Mit Lava und so. Fackt mir nichts. Ich glaube... Ich glaube Lava einmal schenken wir uns, oder? Ja. Oh, ich hab gedacht die Lava kommt zu mir. So ziemlich. Boah, hör mal auf. So viel Scheiße zu machen. Ich baue auch keine Scheiße. Äh, verzauern wir jetzt gleich schon? Ja, okay. Hast du Bücher? Ja, ich kann uns brauchen. Geil logo, geil logo. Oh! Oh! Lava! Find ich! Oh! Was tust du? Ich hab' so Scheiße gebaut. Nichts. Soll du kühlen. Gar nichts. Ganz einmal das Obsidian geben, oder die Diamantschuh oder irgendwas? So, Diamantschuh. Hier Obsidian. Brauchst du wie viel Stück noch mal? Ja, vier. Gut, ich hab' jetzt drei. Ich hieß Geld. Ja. Wollen wir dann doch noch ein Wasser. So. Lale. Ja, und die beiden Diamanten brauche ich dann auch noch. Ja, natürlich. So, warte kurz hier. Oh Mann, wo komm ich jetzt? Ah, das tut sie dann. Na, ich hab' übrigens einen Müllheimer gefunden. Ja. Was soll ich machen? So. Also, vier Stück. Loll, wir sind die Einzigen, die online sind. Da. Wo bist du? Da bist du. So. Also. Beide Diamanten. Und vier Stück. Bitteschön. Die Stellung ist da. Jaja. Chief making diamonds. Was du da hinten hast? Hingeschaut eigentlich. Ist da irgendwas? Ja, ich hab' ja noch nichts gemacht. Haben wir irgendwo Eisen geschmolzen? Noch nicht. Super. Äh. Eisen, das hab' ich alles genutzt. Oh mein Gott! Ich wär' ja fast gestorben! Weil? Wenn ich sag' ja fast in die Lava gefallen wär. Weil da unten würde ich sagen. Wie Orkter da ist. Ich lass' hier mal Wasser rum. Das hält mir kein Mensch aus. Diese. Diese. Diese Panik. Okay. Ich hab' da. Guck'n Lava zwei gefunden. Okay. Okay. Soll' ich gleich versuchen zu schauen, das Zweiter zu kriegen? Ja. Willst du zu schaffen, das 5-Einzschwert haben? Ja. Eigentlich schon. Aber es ist. Ja. Ja stimmt eigentlich. So. So. Weangen wir mal. Das zahlt sich nicht so aus. Ich hab' schon mal Unbreaking drauf. Unscharpnis. Super. Unbreaking. Jawohl! Ich könnte dir natürlich auch Unscharpnis ein Steinschwert geben. Damit habe ich versucht, äh. Oh lol! Ich seh' grad die Stelle, wo du gerade eben fast gestorben wärst. Sieht wirklich gut aus. Oh hallo. Ich schreib den mal hallo. Was ich übrigens sehr cool finde, ist, dass mein Name genauso geschrieben ist, wie auf einem Softdafer eine Farbe her. Nämlich hellblau. Hm. Hier immer Redstone. K.A.L.E.L.E.M. Wir haben's dann noch 5 Minuten. Haben kein Essen. Den geht's nicht so gut anscheinend. Wenn ihr uns killt... ...schon. Stress ohne Grund! Oh. Sag mal, ab wann kriegt man eigentlich Fortune? Keine Ahnung. Aber nichts bitte auf irgendwas Tages. Ja, natürlich nicht. Aber wär halt interessant, weil wenn wir ein Bücherregal... ...wär Zuckerrohr anbauen und es einmal wächst, können wir uns ein Bücherregal machen. Das stimmt schon. Ich kann für Fortune nur eins brauchen. Ich fahre gerade für Dings. Bist du das da oben? Ja. Ja. Ich bin Ambos. Ich hab schon wieder 10. Und im Ofen ist auch noch was. Wo bist du denn? Warte, ich bin unten. Ich wär da fast tot Stelle. Weiter gebuddelt. Hauptsache, sie haben wir den Charter hier stehen lassen. Leute, den kann man gar nicht so kommen in der Steinspitze abbauen. Nein, 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 bitte nicht. Soll ich's probieren? Nein, nein. Das ist ja ein Riesenhause. Ist doch gut. Wir fliegen sein nie wieder. Ich bin bei uns im Enchanter. Wir müssen uns vor der Folge noch sehen, ne? Ja, komm halt einfach dahin, wo unsere Öfen stehen. Da bin ich gerade. Da darf ich bitte zu vorne gehen. Wir haben einen Spoiler gefunden. Ah, okay. Ich nehm die Sachen mit. Besser ist es. Wir sind Spiegelsfahrer. Ist das gut? Ja, für Blöden. Strings? Ja, aber das Geld ist wohl dann natürlich optimaler gewesen. Ja, wir schwer dir nicht. Was ist in deinen Kisten drin? Besser nicht, ich bin nur nicht reingangen. Ich hab nur gehört und die sind großständig. Ja, ja, wo muss ich denn hinrennen? Äh, da wo du vorher warst. Da oben lang, oder? Da sind nur eine Spiegel da drin. Sebi, wo bist du? Oh mein Gott! Oh Pille! Wo bist du? So, in der Kiste ist ein Eisen, ein Sattel. Sattel? Warte, ich glaub Pferde sind gar nicht verboten. Warte, ich glaub Pferde sind gar nicht verboten. Und zwei Heimer. Sebi, wo bist du? Mit einem Spoiler. Und wo ist der? Könntest du mal bitte laut rülpsen? Hier, siehst du mich nicht? Wo bist du? Hä? Warte, da unten. Lol, so was unten ist der? Der ist ein riesen Labersinn. Oh Gott, du bist ja schon voll hier entfarrtet. Natürlich. Den Sattel und den Pferderrüstern nehmen wir uns mit. Ich glaub Pferde sind nicht verboten. Strings sind auch gut. Der hat er da wahrscheinlich gerade reingepackt, oder? Ja. Ja, gut. Also Bögen, also Sharp 5 Bögen kriegen wir hier. Sharpness 5 Bögen, genau. Die kriegen wir hier auf jeden Fall her. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich würd sagen, wir bleiben trotzdem noch ein bisschen da. Mhm. Wollten wir hier noch in den Nether gehen? Ja, aber SD ist spawner und so. Ich muss mich ja jetzt auch, in der nächste Folge muss ich mich entchanten. Ich kann ja in den Nether gerne hinstellen. Okay. Am Spawner? Wo ist denn der schon wieder? Kann mich verlaufen. Ja, wo ist der scheiß Spawner? Ah, ich hab ihn. Wir treffen uns im Spawner. Im Spawner drinnen? Ja. Nee, diese Hügel ist doch schon erwechselt. Ich bleibt nicht ohne durchgehen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt im Spawner. Oh lol, der Spawner ist spinnend. So. Äh, ich brauche... Eisen. Hab ich. So. Äh, verzaubere doch erstmal deine Rüstung. Okay. Auf was? Ja, Schaden. Ja, Schaden. Genau, die Rüstung auf Schaden ist ja auf Protection halt. Ich probier's. Ich probier's. Ich probier's mal mit dem Diamant. Was soll ich bei ihm noch? Ab ist der Grund. Hab ich dir eben gegeben? Also wir haben jetzt hier auf unser Team Puste. Protection 1? Ja, was denn sonst? Protection 1 ist gut oder? Ja. Protection 1 halt ich. So. Das Zeug wird jemand finden? Abquart aufhören. Das Zeug war ja nicht. 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 Scheiße. Was soll ich hier machen? Ich werde ein anderes Rüstungsteil verzaubern. Äh, Eisenblatt. Kann sie zum Beispiel, ja. Kann sie zum Beispiel, ja. Okay. Das ist die Wunde noch. Ich würde den Entscheid dann übrigens noch gerne wieder abbauen danach. Ja. Ich will nur hier der... So, ich muss noch mal ein Eisenblatt bauen. Das geht's dir aus. Das geht's dir aus. Ja, das geht's dir aus. Ja, das geht's dir aus. Das war ich nicht im Steuer. Es passt alles. So. 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 So, ey. Ähm. Ja, wie wär's, wenn ich jetzt einfach die Folge ein bisschen in die Länge ziehen? Warum? Einfach mir so reden, so spontan blöd. SONTAN UNTUCHER DREEN! SONTAN UNTUCHER DREEN! ALTAAAALT! SONTAN UNTUCHER DREEN! Nö, einmal, äh, Alter, wie die, wie die blöde Konfi einfach auch zugespampt ist. Folge soll eh nur, ähm, nix, ähm, soll eh nur fünf Minuten lang sein. Deswegen, würd ich sagen, wir verabschieden und so. Die Serverzeit, die Folge selber darf so langsam wie du willst. Ja, aber, trotzdem. Ja, trotzdem. Ich glaub, Chris ist wirklich gestorben. Das war der Vorjahressieger. Gut. Dann verabschiede ich mich von meiner Webcam. Auf Wiedersehen, Webcam, war schön mit dir. Hau doch bei mir vorbei. Äh, Brad, bei mir ist, äh, nicht intensiv, sondern Super Smash Mops. Das ist, äh, Super Smash Mops. Das ist, äh, Super Smash Mops. Ich hab ein Handy. Und ich brauch mehr Abonnenten. Du hast eh. Du hast eh. Gush, du hast eh mehr als ich. Ich hab's. Ist wurscht, ich werd das wahrscheinlich mit dem Sebe noch ein bisschen Super Smash Mops aufnehmen. Ja. So wie ich ihn gerne? Bistbar? 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 Bistbar. Tschüss.